Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute aus Hohenstein-Ernstahl und wir werden zu Gast sein bei... Ich bin schon ganz gespannt, was sich hinter dem Abend da alles verbirgt. Zoom, mein kleiner Fleck auf der Karte, ihr tun Rapper das, was ich von einer Hetzjagd erwarte. Ob Ossi oder Bessi, ob Junk oder Lehrer, sie wissen, hier lebt Style wie in Guantanamera. Auch hier gibt es Blocks und schmieriges Gesocks, Mund auf und durch, unser Ziel ist in deinem Kopfpunkt. Hier gibt es Rockbands mit Faust-Effekt, Ruhenschein-Plappenbau bei Brainstorm wird laut gerappt. ATG, Best-Sellers, DJ, filigran und diffizil, Respekt an jeden, an alle, die an Shit, der dir nur sagt. Wir wären nicht gechillt und nicht nett, H-Town, wir sind die Sprechstunden, Hilfe für Rap. Und trotzdem gibt es Freaks hier, sie kiffen nicht, rappen aber und trinken nie Bier, wie wir sie nennen, ist bekannt. Unique AG, jeder jagt die Mem in Querdos Land. Ich weiß, es reicht, ich soll ja keinen schlecht machen, bei uns wie bei euch gibt es Preuß in geilen S-Klassen. No fuck, was bei uns jeder Ho hat, bis jetzt bei euch eine von tausend, na sowas. Wir sind ne kleinen Stadt und rein krass, wir sind Sachsen und saufen so viel, wie nur reinpasst. An alle, die taken, an alle, die skaten, alle Halbnacken, Sluts und Freaks bleiben kleben. Auf jeden, bringen wir Boxen zum Bilden und dich dazu, deinen Kopf hochzuheben. An alle, die taken, an alle, die skaten, alle Halbnacken, Sluts und Freaks bleiben kleben. Auf jeden, bringen wir Boxen zum Bilden und dich dazu, deinen Kopf hochzuheben. Es sind Stories of Life, das Leben ist ein Kampf und ich war noch nie frei. Egal ob alte oder neue Zeit, wir schreiten 2009 und ich halte treu das Mike. In meiner Mittler spittern gespickte Hand, die stark zittert, weil ich jede Gefahr wittern kann. So mancher Ende traurig, die Welt ist grau. Rap, ich brauch dich, um meine Fans zu representen, um Sachsen bekannt zu machen und den Rest zu bekämpfen. Es ist Sommer, spürst du die Hitze, siehst du die Blitze und hörst du den Donner. Du willst dein Star sein, ich bring die Wahrheit in Parts rein, schreib so wie das Genie K. Ein Werk, das noch tausend Jahre währt, jetzt pump dir den Sound vom Berg. Komm her, zum MotoGP, das rockt noch mehr als ein Konzert von ACDC. Welcher Semper ist besonders begehrt, nicht kommt so groovy wie Smoothie on Air. An alle, die taken, an alle, die skaten, alle halben Nacken, Sluts und Freaks bleiben kleben. Auf jeden, bring dir Boxen zum Beben und dich dazu, deinen Kopf hochzuheben. An alle, die taken, an alle, die skaten, alle halben Nacken, Sluts und Freaks bleiben kleben. Auf jeden, bring dir Boxen zum Beben und dich dazu, deinen Kopf hochzuheben. In der East läuft es easy, wenn man wahre Atzen kennt. Unsere Gelassenheit kommt auch schon zur Sprache und Akzent. Ich denk auf die Vergangenheit nach, denn auf Sachsen, unsere Heimat. Bin ich stolz, wie SED, Bonzen, Preuß mit stets und konkreten CDs in ihren Golfs, was soll's. Mein Herz klopft nur für die Gang, wir gibt den besten Stoff und wir sprechen im Slang. Ihr kennt das nicht, dass alle Pisser mit Nicken, denn bei uns feiern die Chicas mit den dickeren Titten. Im Format Doppel-D, die hübsch auf- und abhüpfen mit über 5G. So ein kleiner MT ist hier schon okay. Nur die Randfischen sind durch zu viel C abgetreten. Wir durchfahren das wunderschöne Hohenstein. Großer Preis der Deutschen Demokratischen Rekubliek auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernsthal. Typisch für Hohenstein-Ernsthal, die engen Gassen, sehr viele Einbahnstraßen. Typisch für diese Stadt, alles am Berg gebaut. Eine sehr gemütliche, wunderschöne, romantische Bergstadt. Ich bin Dr. Fox. Und Stein-Ernsthal, Sachsenia, Ost-West-Zempler. Fickt euch! Ah, das gibt's schon, Roger. Oh, nee. Ey, Deppi hat... Ey, der Film ist cool. Der Film darf jetzt... Wo ist da an, Masko? Ey, Deppi hat gerade angerufen. Ich kann nicht mehr. Also heute nicht mehr. Heute nicht mehr, Masko. Ey, weißt du schon, man kann nicht mehr haben zu lang. 5 Tage nicht schlafen, nicht gegessen, nicht getrunken, nur geraucht und die Tür gedreht. Und das nur, weil wir auf dem Ost-West-Zempler draußen sind. Ist ja cool, der Piet und der Hector, dass die uns das klar gemacht haben. Aber ist schon Stress, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ey, auf jeden. Die ganze Zeit faschen, die ganze Zeit öff. Aber nü, haben wir's. Wir haben wir's auf jeden. Ey, auf jeden im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ey, der Film darf es schäden, oder? Haha, zum mal die Nutte an, Alter. Ne, aber halt, pass mal auf, pass mal auf. Der Alper, der den Beat gebaut hat, weißt du, der hat mir den zum Geburtstag geschenkt. Also dem bin ich voll dankbar, dafür. Ist ja schön. So, und ich glaub, da machen wir mal wieder was. Und die Leute sollen mal ein bisschen auf uns achten, weißt du? Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind wir nächstes Jahr hier am Hanf-Journal, Alter. Faust, Alter. So, yeah.